Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alt-Computer und zwar mit dem Games Week 2024 PC AMD Ryzen, der Rest sind nur die technischen Daten, für 2879 Euro runtergesetzt von 2949 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-SCD-Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde mir vorgeschlagen von Markus bei uns im Video-Vorschläge-Kanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wieder erst zu dem Bild, das ist das stinknormale Gehäusebild, das ist auch völlig in Ordnung so. Hier unten wird halt noch das Mainboard und die Rückseite vom Mainboard gezeigt und die Grafikkarte, aber das passt soweit, das kann man so machen. Was die technischen Daten angeht, haben wir als Betriebssystem Windows 11 Pro. Das Problem ist halt, hier steht, der PC wird mit vorinstalliertem Windows 11 Pro geliefert. Da steht nichts davon, dass es auch aktiviert ist oder lizenziert ist. Das bedeutet, ich habe es aus der Guidelines-Liste jetzt rausgelassen. Das wären dann 35 Euro. Ich überlasse es euch, ob ihr das hinterher irgendwie draufrechnen wollt, aber ich lasse es jetzt erstmal weg. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7950X. Der hat 16 Kerne und 32 Threads, eine TDP von 170 Watt und unterstützt offiziell DDR5 5200. Wie ich es eigentlich in jedem Video sage, 6000er läuft ganz easy auf dem, sofern ihr nur zwei Regel benutzt anstatt vier. Das passt dann soweit. Das ist mit einer der stärksten Prozessoren, die AMD gerade hat. Es gibt noch den 7950X3D. Der hat dann den 3D-Vcache, kommt euch in Spielen zugute, aber der, der ist halt für alles geeignet. Videoschnitt, Zocken, Bildbearbeitung, was ihr auch immer gerne damit machen wollt. Auch Streaming. Da kann ich erstmal überhaupt nicht meckern. Wer die vielen Kerne braucht, bitte. Und der kostet 474,02 Euro bei 0% Shop oder Mindfactory oder 1 Cent mehr bei Notebooks billiger. Oder nochmal 1 Cent mehr bei Case King. Der CPU-Kühler ist eine Be Quiet Pure Loop 2 FX 240. Das ist eine 240er Wasserkühlung, wie der Name ja schon sagt, mit beleuchteten Lüftern. Die passen auch zum Case. Zum Case kommen wir gleich. Der Pumpenkopf ist auch beleuchtet. Ja, eine 240er, die schafft das schon, das wegzukühlen. Wobei bei AMD halt dieser dicke Heatspreader dafür sorgt, wenn ihr den unter Permalast habt, dass die dann irgendwann auch abnippelt. Aber für den normalen Gamingbetrieb wird es reichen. Die Community allgemein, sofern ich das mitbekommen habe, ist jetzt nicht der Riesenfan von dieser Wasserkühlung. Weder von der Pure Loop noch von der Silent Loop. Aber rein technisch gesehen reicht sie halt. Und die kostet 114,82 Euro bei Mindfactory. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse, was eben angesprochen worden ist. Das Be Quiet Pure Base 500 FX. Das bringt schon 320 Millimeter Lüfter in der Front mit, die eben auch dieses Design haben, wie die Wasserkühlung und 140er hinten, die auch alle RGB beleuchtet sind. Ja, das Gehäuse hatten wir jetzt schon tausendmal. Die Problematik dabei ist, das ist ein ziemlich, ja, was soll ich sagen, kleines Gehäuse. Aber es ist nicht sonderlich lang. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, welche Grafikkarten ihr nehmt. Einige Grafikkarten übersteigen nämlich diese Gesamtlänge. Beziehungsweise, wenn ihr vorne vielleicht sogar irgendwann eine Wasserkühlung reinbauen wollt, eine 360er zum Beispiel, dann wird es schon ziemlich knapp. Hier ist jetzt eine 240er drin. Die kommt natürlich oben rein. Von daher ist das schon okay. Wenn es euch designtechnisch gefällt, mir nicht so. Aber das müsst ihr selber wissen. Rein technisch gesehen habt ihr den Airflow. Es ist eine Meshfront da. Ihr habt die ganzen Lüfter da drin. Das ist schon okay. Und das kostet 121,99 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir den Be Quiet Straight Power 12 80 Plus Platinum. Und das mit 1000 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergaranties, 80 Plus Platinum zertifiziert und vollmodular. Hat halt 1000 Watt und hat auch schon den neuen 12 Volt High Power Anschluss. Obwohl ihr den nicht braucht. Bei der Grafikkarte, also die Kombination mit der Grafikkarte, die hier drin ist, da braucht ihr diesen neuen Stecker nicht. Er wäre aber potenziell da, wenn ihr hinterher irgendwie eine 4080 Super oder eine 4090 reinschmeißen wollt. Das Ding ist einfach, dass 1000 Watt eigentlich viel zu viel sind für das System. Ja, es ist zukunftssicher. Ihr könnt hinterher noch dicke Grafikkarten reinschmeißen, wenn das Gehäuse euch nicht begrenzt. Ja, Platinum Zertifizierung macht die ganze Nummer auch nochmal richtig teuer. Muss eigentlich nicht sein. Hätte man auch ein 50 Euro günstigeres nehmen können, wäre dann bei 850 Watt gelandet, aber von den Spezifikationen her wahrscheinlich genau gleich. Aber ja, ist schön, dass es drin ist. Warum nicht? Und das kostet 190,20 Euro bei Mindfactory. Beim Arbeitsspeicher sagen sie leider nicht, was drin ist, außer dass es halt 32 Gigabyte sind, dass zwei Sockel noch frei sind von vier. Also haben wir Dual Channel bzw. zwei Riegel. DDR5-6000er. Timing stehen auch nicht da. Und ich verstehe auch einfach nicht, warum die SIs sich da immer so drum herumwinden. Da muss es ja einen Grund für geben. Weil die lassen ja sogar den Hersteller offen. Wir wissen, es ist 6000er. Das ist schon mal nice. Schön, dass sie darauf achten. Aber ich nehme jetzt hier wieder CL40er, weil es könnte potenziell CL40er anstatt CL30er reinwandern und ihr könntet theoretisch nichts dagegen tun. Sagen wir jetzt mal, ihr erwartet CL30, kriegt dann das System, merkt, dass es CL36 oder CL40 und wollt ihn dann dadurch reklamieren, habt ihr keine Chance. Klar, ihr habt zwei Wochen Widerrufsrecht für ein Absatzgesetz und so, aber ja, so ist es halt. Ansonsten sind 32 Gigabyte natürlich okay. Ich finde es einfach nur schade, dass man nicht wissen, was genau reinkommt. Und ja, ich habe in dem Fall einen mit Intel XMP genommen. Einfach nur, dass wir einen Preispunkt haben. Es kann auch, es läuft auch mit XMP tatsächlich. Man kann es auch von Hand einstellen. Ihr könnt auch ein Exporam nehmen. Die kosten das Gleiche. Und der kostet 107,49 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 7900 XTX OC und zwar die von Asus TUF. Immerhin wissen wir da, was wir genau bekommen. Ist ja auch auf dem Bild abgebildet, also man konnte ja da so durchklicken, da kriegt man noch das Mainboard und so. Ist die stärkste Grafikkarte von AMD derzeit am Markt. Ist natürlich dementsprechend auch für WQHD und 4K Gaming geeignet. Wenn ihr was stärkeres wollt, dann kommt eigentlich nur noch die 4080 Super, wenn man jetzt noch Raytracing dabei nimmt oder eben die 4090. Aber das ist schon eine gute Grafikkarte. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 982,62 Euro bei Galaxus. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming X670E plus WiFi. Theoretisch hätte hier der B650 Chips das sowieso gereicht, aber X670E ist natürlich nett, dass es mit dabei ist, gerade in dem Preisbereich. Das passt. Wir haben gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch drei weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture Card, USB-Erweiterungskarte, vielleicht eine externe Soundkarte. Je nachdem, was ihr machen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, fünfmal USB 3.0, dreimal USB 3.1, zweimal USB Typ C ist mit am Starten, Netzwerkanschluss und die Onboard Grafik könntet ihr theoretisch sogar benutzen. Sagen wir die Grafikkarte geht kaputt, dann könnt ihr da einfach euren Monitor anschließen und noch eure Daten retten, bisschen YouTube gucken, Valorant spielen oder sonst was. Ansonsten schließt bitte immer den Monitor an der Grafikkarte an, sofern sie denn funktioniert. Das ist durchaus ein vernünftiges Board in dem Preisbereich. Und das kostet 259,90 Euro bei ProShop. Die SSD ist eine Kingston Fury Renegade mit 2000 GB und einer Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde. Das ist eine sauschnelle SSD. Qualitativ auch völlig in Ordnung mit TLC-Speicher, 2 TB ist noch in Ordnung. Klar, es hätten auch 3 oder 4 sein können. Der Preis wäre drin gewesen, deswegen sage ich das gerade dabei. Aber mit 2 TB kommt ihr erstmal aus. Und die kostet 131,24 Euro bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Ohne Windows landen wir jetzt beim Gesamtpreis von 2382,28 Euro. Und das Ding kostet 2879 Euro runtergesetzt von 2949 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von knapp 500 Euro fürs Zusammenbauen. Und ihr wisst nicht genau, ob Windows lizenziert ist oder nicht. Aber gut, das ist erstmal Latte, 35 Euro hin oder her. Es ist zu viel. Konfigurationstechnisch echt keine schlechte Sache. Warum nicht? Wer so viele Kerne will, ist in Ordnung. Beim RAM ist es wieder schade, dass man nicht weiß, was man kriegt. Das Gehäusebild stimmt und so. Also, ja, was soll ich sagen? Config-mäßig, okay, Preis, meh. Und das ist ja jetzt auch nicht über Quelle oder Otto oder Amazon angeboten. Das ist ja direkt bei denen im Shop. 1 zu 1. Da müssen keine Prozente mehr irgendwo hingezahlt werden. Es ist zu viel. Vor allem, wenn ich euch jetzt halt die Alternative zeige. Jetzt haben wir mal wieder einen Hardware-Deals-PC und zwar den Hardware-Deals 2500 Edition. Der kostet allerdings gerade 2399 Euro runtergesetzt von 2499 Euro. Bei dem Prozessor bekommen wir schon den 7950 X3D. Also mit dem 3D-V-Cache. Also noch eine Stufe höher als bei dem anderen PC. Hier steht Arctic Liquid Freezer 2, 360 Black ARGB. Es ist aber die 3er. Wenn ihr auf Konfigurieren geht, da wurde ich auch letztes Mal in den Kommentaren schon darauf hingewiesen, dann steht da halt die Liquid Freezer 3. Die habe ich jetzt auch so in die Geilzeitsliste reingepackt. Die kühlt natürlich deutlich besser. Erstmal dickerer Radiator und halt eine 360er anstatt eine 240er auf diesem Prozessor. Das Board ist auch völlig fein. Es ist ein Asus RG Strix B650EF Gaming WiFi. Wie gesagt, B650 reicht locker. Wir bekommen hier eine 4080 Super. Ich weiß, es ist jetzt keine AMD-Karte, aber ich habe es jetzt halt so rausgesucht. Damit ihr den Vergleich habt. In der reinen Rasterleistung ist die 4080 Super ein bisschen schwächer und hat auch weniger Speicher, klare Sache. Dafür aber in Raytracing wieder deutlich stärker. Kommt halt jetzt darauf an, wofür wollt ihr die Grafikkarte benutzen? Für welche Titel? Sind die eher AMD optimiert? Oder NVIDIA? Hab da viel Raytracing, DLSS, FSR und wie diese ganzen Sachen heißen? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Die sind aber von der Leistung her circa gleichauf. Beim Arbeitsspeicher wissen wir, was wir bekommen. Und zwar auch 32 GB, auch 6000er, allerdings CL30. Sogar fett geschrieben, weil sie stolz drauf sind. Ist auch der Kingston Fury Beast. Wir bekommen eine 2 TB Kingston KC3000, ist circa genauso schnell wie die Fury Renegade. Ein bisschen langsamer, aber das merkt ihr beim Zocken sowieso nicht und es sind auch 2 TB. Bei dem Netzteil bekommen wir ein 850 Watt Bequiet Pure Power 12 M, also sozusagen Gold-Netzteil mit 850 Watt anstatt Platin und 1000 Watt. Wie gesagt, ihr braucht diese 1000 Watt theoretisch sowieso nicht. Wenn ihr jetzt auf ganz Zukunft sicher gehen wollt, konfiguriert es euch um. Ihr seht auch gleich den Preisunterschied. Das kann man durchaus noch machen, wenn man das möchte. Und das Gehäuse ist halt das Endofy Arc 700. Bringt auch drei Lüfter vorne, einen hinten mit, auch alle beleuchtet, auch mit Meshfront. Ist halt deutlich größer, passen größere Grafikkarten rein. Und schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte. Da habe ich jetzt die günstigste genommen. Ob jetzt eine Palette oder eine Gainboard nimmt, ist relativ egal. Die kosten beide das gleiche. Das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung als Liquid Freezer 3 und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.370,17€. Und das Ding kostet 2.399€. Seid da jetzt bei 29€ Aufpreis für Zusammenbau und Garantie. Hört sich besser an als 500€. Und ihr habt mehr Leistung. Also beim Prozessor auf jeden Fall. Beim RAM gehe ich auch ganz stark von aus. Bei dem Mainboard ist Geschmackssache, die SSD ist genauso groß, das Netzteil ein bisschen schwächer, könnt ihr aber upgraden. Selbst dann habt ihr nicht den Mega-Aufpreis. Und bei der Grafikkarte, wie gesagt, müsst ihr auch selber entscheiden. Es gibt einfach keinen Grund, diesen PC zu kaufen. Weil er schlichtweg zu teuer ist und man was Besseres kriegt für weniger Geld. Denn der kostete ja 2.879€ und der 2.4€. Also und da habt ihr mehr Leistung. Was soll ich dazu noch sagen? Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Läumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.